schon wieder das jetzt jetzt mal aus dem salve eingetreten wo es richtig schlecht läuft also wo die immer sich vielleicht schlechten geboren haben er läuft direkt los wieder windung noch jemand das ist mal neu das leute zwei auf einmal ankommen wir machen die türen wieder in einer geizung das habe ich noch nie gehabt aber weißt du was wer hat mir immer noch befreit wer kämpft sich die türen super idee sauerstoffarmer raum das ist noch eine super idee omg mit was schießt die nahe auf mich hier okay der ist fast tot der rät jetzt egal wir gehen aufs gegnerische schiff und sagen zum captain frist steine oder so endlich was zurückgeportt naja viel aushalt oder nicht mehr gut wir machen einfach auf und sagen hallo weltraum hallo weltraum wer habe ich ja was übersehen ich habe gar nicht gesehen dass diesen komischen konstruktor in der ecke rumfliegen aber muss ich weg schnell wie geht also es kommen die ja ständig nach das funktioniert dann überhaupt nicht die ganze geschichte kaputt gut waffensystem von den laufen auch bald nicht mehr wenn es weitergeht wobei wenn sie schon wir sind noch nicht so weit wir sind noch nicht so weit aber gleich gleich ist einer weg komm mach mach gib gas gib gas jungs gib gas macht es kaputt nein falsche waffe du bist du oder fuck habe ich zu spät gesehen nein kommt noch niemals eingelaufen mehr versuch es schocker 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 nein 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 ich habe es echt zu spät gesehen das ist doch jetzt zu ja jetzt hat er seine große seinen großen auftritt jetzt darf er nämlich sich um die waffen systeme kümmern jetzt weiß ich wenigstens wo die energie hingeht immer das kotzt mich jetzt aber auch an der einzige typ der wirklich ewig gebraucht hat im level zu steigen und der stirbt mir jetzt aber echt jetzt mal jetzt gerade wo es wichtig wird nö nö aber dein scharfschütze der stirbt jetzt erst als erstes mal so ok schilder auf drei hätte ich eben schon machen sollen hätte ich auch weniger schaden kassiert machen wir noch um zwei höher ne weißt du was wir machen auf drei höher sofort wir machen später auf drei höher weil dann können wir nämlich hier auch die drohnen alle zusammen auf einmal anschmeißen ohne was anderes ausschalten zu müssen ich hab ja eh nicht mehr den drohnenrecovery haben fährt man gerade ein dann ist es auch egal gut wir gehen eh nicht auf die andere seite wir haben das noch nicht mal ausgebaut aber weißt wenn so typen geheilt jedes mal mhm kommt der überhaupt eine bombe ich wollte gerade sagen kommt der überhaupt damit durch naja da bämmchen ok das eine ist eine bombe die ich noch mal auf Feuer machen kann das andere ist Unsinn dann schießt man auf den Antrieb sofort und warum das kaputt geschossen wird ähm kann das bitte kaputt gehen ja es läuft es läuft es läuft ich hoffe wir tun hier alles mal aufmachen falls die Bomben gleich nochmal Feuer produzieren dann ist hier direkt alles super läuft so wunderbar so ich wollte gerade sagen wir haben auch immer so wenig Sauerstoff und bohrt nicht vielleicht in den ganzen Flächen hier die keinen Sauerstoff mehr haben oh Feuer das ist doof aber auch ein bisschen Feuer ist mir egal warum ich will hier zu ich will hier zu er kommt wobei die ganzen Bomben Systeme funktionieren nicht mehr können dass sie alles wieder zurückfahren aber er wird schon mal ach immer so flimm attack sozusagen so sagst du ja so jetzt wieder zurück bist du eh glaube ich schon max oder bist du max oder bist du max ne noch nicht ganz abhalten ah klappt doch halbwegs voll Antrieb ist aus und das Ding hat einen auf den Deckel gekriegt wunderbar er schießt sich jetzt ein bisschen an oh trotzdem getroffen weil ne zwar unsichtbar aber er hat keinen Antrieb mehr das heißt man er kann kaum ausweichen also kaum nur 60% auch ne Sache wonach ich viel zu wenig gucke dass die Gegner einfach keinen Antrieb haben und dann können sie in der Regel auch kaum noch was machen wobei das Setup wie ich es jetzt hier stehen habe glaube ich gewinnt nicht gegen den letzten im letzten Kampf ich habe zwar Raketen und diesmal auch das Teil womit ich Raketen münzen kann nicht dass Raketen schon wieder abgeschossen werden durch irgendwo Blödsinn und eine Defense naja ich weiß nicht hab ich hab ja jetzt eben das Verkauf richtig ja ich hab dafür das mehr geholt dass ich hier mich heile wenn ich warpe halt ne neki neki jetzt haben wir das Maximum jetzt ist alles wurscht ja noch eins zwei Sprünge und dann haben wir es durch seht ihr mich entweder hoffnungslos wie so oft jetzt schon scheitern oder einfach mal heroisch es schaffen wobei auch und dann auch das ist ich bringen hier. So. Ha! 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 Defense! Ich habe ehrlich gesagt noch nie die Defense-Drohne eingesetzt. Ich bin eher gesagt sehr, sehr beeindruckt davon. Okay, ich muss abhauen. Die Jungs kriegen mir jetzt gerade ein bisschen sehr viel Schaden. Ach nein, ich muss ja gar nichts machen. Ich muss einfach stehen bleiben. Kann ich gleich wieder rüberporten. Super. Schnick, schnick, schnick. Und jetzt... Behold the power of a flame floor. Der nirgendswo durchkommen, weil er dann still den Weg stand. Aber egal, er hat es versucht. Mach es jetzt mal nichts. Und hier portert sich gleich jemand rüber, nämlich nach dort. Ja. Solange hier oben nämlich keiner direkt aktiv dran steht, kann hier keiner was machen. Ja, okay. Wir haben es zumindest in Waffensysteme geschafft, was ein bisschen vorher zu machen. Und jetzt hast du keinen Rest. Wir müssen Level steigen. Brauchen wir die auch. Okay, der Antrieb ist aus. Das heißt, ich treffe jetzt besser und... Jetzt fangen wir das Spiel von der anderen Seite an. Oh, so ein Pech. Was da dumm. Oh, so eine Defense-Drohne. Habe ich echt unterschätzt. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe die absolut unterschätzt. Jetzt flamen wir einmal hier hoch. Oh wait. Wir sollten aufhören mit Waffensysteme die Scham machen können, darauf zu schießen, weil sonst... bin ich gleich einfach nur tot. Nein, ihr gebt nicht auf. Ihr könnt gerne gegen mich kämpfen in dem Feuer. So, sobald jetzt der Beam drüber geht, gehe ich mich da rein.